ich habe keine unwetterwarnung du bist doch nicht da das dauert schon das dauert schon fünf sechs minuten bis das wetter von uns zu dir rüberspringen war ich mir schon mal gegen snubi mit dem eigentormaster und den kriegen wir noch ja sieht man wir haben bs ich spiel alleine oder wie jetzt weißt du wie es sich anfühlt wenn das team allein gelassen ja super spitze ich glaube dass benni kommt nicht rein das ist ja mal ich glaube du musst neu schaden benni du stehst doch nicht in der liste drin hört schon sowieso erstmal auf was du hörst auf dann haben wir doch ungleiche teams ja können die hier sind zwei drei personen die müssten ihren mikrofon ein kleines bisschen lauter machen wer denn wahrscheinlich wahrscheinlich ich genau und du ja ich mache ich später ich gehe jetzt in die europäische ok auch das gegen call of beauty das hat es nicht was habe ich ja das laden immer noch runter Geronimo! Weißt du was? Watze? Ja? Ich krieg Ketze euer ganzen Spiel-Sound, ne? Ja. Aber ich hab dieses Ingame-Sound, ne? Den krieg ich nicht mit rein richtig gut. Das musst du alles einstellen bei der Elgato. Ja, aber wie mach ich das mit den Spiel-Sound, also den Sound vom Spiel. Du musst quasi lange auf PS-Taste drauf bleiben. Was ein Pass, Alter! Und dann bei Chat-Audio, oder wie das da heißt, musst du gesamtes Chat-Audio nehmen. Dann kriegst du auch den Spiel-Sound mit rein. Gesamtes Chat-Audio. Okay. Hallo? Lol. Nein! Alex, wolltest du wieder scoren? Okay. Wie war das mal so aus jetzt? So wie es dann noch ist. Also bei mir geht das so. Also ich hab das auch so alles zusammen gesteckt. Gesamtes Chat-Audio. Jaja. Okay. Dann hörst du aber auch kein Spielzeug, ne? Doch, doch. Über die Kopfhörer halt, ne? Übers Headset hörst du. Boah, PS du Sau! So, shit. Na war's grad schön von mir. Ne, ich hör alles. Ne, ich hör nur euch. Ne, ich hör nur euch. Ne, ich hab das ganze über Kopfhörer. Wie hast du die Part-Entschuldung gemacht? Das meinte ich ja. Ich spiele gar nichts mehr, nur über euch labern. Echt? Ne, doch gar nicht. Boah, da wollte der PS mich schon wieder rammen. Ja. Ich weiß nicht, ich bin in deinem Team. Entschuldigung. Ich kenne das gut. Ich kenne das gut alles. Was im Spiel tun, hast du über die komplette Runde. Ja, ich habe gesamtes Audio über Headset. Okay. Und dann nimmt er auch das ganze Auto über das Ding auf. Ah, shit. Das hat mich grad mega an. Du meinst, wie lange es dir gedauert hat, bis er es mal eingeschüttet hat? Ey, es hat lange gedauert bei mir. Was ich noch irgendwie komisch finde, ist, wenn Maddy aufnimmt. Jawoll. Wenn Maddy aufnimmt, wenn er spricht, dann wird irgendwie der Gameshot leise. Ja, das ist es ja. Ja, das bleibt. Das bleibt. Wenn du sprichst, ist automatisch deine Stimme höher als der Spielsound. Ja, das meine Stimme ist. Das kann man, glaube ich, irgendwo auch einstellen. Kann man irgendwo einstellen. Weiß nicht. Ja, aber das gibt dann wirklich was generell der Spielzaun ist. Auch wenn ihr redet, ist das Sprungstimme ganz gut. Ja, keine Frage. Aber ich höre nichts vom Spiel. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, also das ist bei mir nicht das Problem. Welcher Arsch war das? Wäre das geil. Nein. Oh, den hätte ich gehabt. Den hätte ich. Oh, der wäre rein. Oh, jetzt komm. Nein. Oh, Alter. Oh, fuck. Sehr schön. Von uns. Dein Alex gewartet und... Wooh! Das ist so schön. Oh, wow. Ja, dann lag ich mir auch mal auf. Das ist ja gut schön. Du hast gesehen, wie ich drüber geflitzt bin. Ich. Das ist jetzt aber auch bei einem anderen Mikro, ne? Ja, ja. Ja. Matti hat so ein Mikro zum Sprechen und ein Mikro für... Ja, das habe ich hier auch. Ich meine aber mit einem anderen Headset. Ja, ja. Ich habe zwei Headset-Blaus im Stück. Ja. Sehr schön. Ich rede jetzt nicht dieses Snowball, sondern ich rede jetzt mit das, was er auf dem Headset erzählen würde. Er hat zwei Headset und das Mikrofon. Ich schicke dir danach ein... Ich schicke dir mal... Ja. 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 Mit deinem Rätschirm. Mit genau deinen Einstellungen. Mit deinem Rätschirm. Mit genau deinen Einstellungen.